Willkommen beim Aquamuk. Wir sind hier am oberen Lauf der Isar, ein Fluss, der in Österreich entspringt und gleich hinter dem nächsten Dorf nach Deutschland fließt, im weiteren Verlauf durch München durchfließt und in die Donau mündet und die Donau mündet ins Schwarze Meer. Mein Name ist Reingart Spannring, ich bin Soziologin und Erziehungswissenschaftlerin und beschäftige mich mit der Beziehung der Menschen zur Natur und zu Tieren. Ich bin Claudia Forer, ich habe Soziologie und Erziehungswissenschaften an der Universität Innsbruck studiert und bin Projektmitarbeiterin. Mein Name ist Dominik Gallenberger, ich studiere Biologie und Geologie und darf an diesem wunderschönen Projekt mitwirken. Mein Name ist Lukas Ladner und ich bin für die Videoaufnahmen in Österreich zuständig. Und jetzt übergebe ich an unsere Kollegin auf der südlichen Hemisphäre. So, welcome. I'm here in Australia standing in the Murrumbidgee River in Canberra on the traditional lands of the Nungarwal people. Usually, however, I'm in Slovenia but not today. I am an interdisciplinary researcher and I like to cross-pollinate between the fields of philosophy, education, cultural heritage and environmental sociology. And I'm John Kovacs. I'm in the video crew for Australia and just really happy to be part of this project. So, welcome to the stories of water and we look forward to receiving your stories from wherever you are in the world. We'll be right back. So, welcome. Untertitelung des ZDF, 2020